Die sehr schicke Ford Tourneo Titanium Bus mit viel Sonderausstattung können Sie schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Diesel mit Multi-Brid-Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Anklapper am Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten finden bequem sechs Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne, Xenon-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Die doppelte Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Tuneo Titanium Custom Bus und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zweierer Garantie. Auf Wunsch gerne, dass er länger war. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie nach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.